Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute wollte ich euch meine Switch-Spiele vorstellen, beziehungsweise zeigen. Ich wollte auch nicht so lange reden und fangen wir mal an. Nummer 1. Ob sagt er? Ja, so, Nummer 1 hätten wir Mario Kart 8. So, ich liebe dieses Spiel. So, ich spiel das regelmäßig und lieb's, period. Nummer 2 wäre Mythopia. Was soll ich dazu sagen? Ist einfach, wow, ich lieb's. Nummer 3. Paper Mario. Origami King. Sorry für mein Englisch. Ja, ich spiel das nicht so oft. Weil, ist mir zu schwer, ihr wisst. Splatoon 2. Dazu kann ich nicht zu viel sagen. Mario. Super Mario Make-up. Und, oh mein Gott, das ist so geil. Ich lieb's. Mir sagt, oh mein Gott, sie liebt alle Spiele. So, ja, ich kann halt nichts Schlechtes zu sagen. Nächstes. Super Mario 3D Allstars. Ja. Super. Dazu kann ich halt auch nichts Schlechtes sagen. Super Mario Party. Könnt ihr hier sehen. Ah, lieb's. Ja, look so. Spyro. Okay, wer das nicht kennt. So, du hattest kein Leben. So, keine Kindheit. So, Spyro war damals, so, ist er Leben halt. Luigi's Menschen 3. Klassiker. So, ich hab nur den dritten Teil. Ich hatte die anderen ein, zwei Teile nicht. Aber, pass auf. Just Dance 2020. Habe ich mal gespielt, aber, ja, ist nicht so meins. Super Smash Ultimate. Uff. Lieben wir uns bei Mario Tennis. Yes. Das waren so meine ganzen Spiele. Ihr könnt sehen, das ist ein Haufen voll. Und, ja, das ist schon mal mein, das ist meine Sammlung voller Switch Spiele. Ähm, ja, das war's, würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt dann gerne beim nächsten Mal. Ja. Bis bald. Ciao. Ciao.